Gestern veröffentlicht der US-amerikanische Rapper Kanye West ein Wahlkampfvideo. Ja, wer sich erinnert, er wollte ja eigentlich antreten zur Wahl des US-Präsidenten, hat es verschlafen, er hat die Deadlines verpasst, aber er appelliert an seine Fans einfach seinen Namen auf die Stimmzettel draufzuschreiben und in seinem Video appelliert er an die Religiosität des US-amerikanischen Volks. Bis jetzt war West eigentlich eher so einer der wenigen US-amerikanischen großen Celebrities, der sich für Donald Trump ausgesprochen hat, erst nach den Black Lives Matter Protesten hat er seine Meinung geändert und meinte, ich werde jetzt einfach selbst US-Präsident unter der Herrschaft des Christentums. We'll revive our nation's commitment to faith, to what our constitution calls the free exercise of religion, including of course prayer. Through prayer, faith can be restored. Kanye Wests politische Positionen sind etwas fragwürdig und problematisch. Zum Beispiel ist er vehementer Impfgegner und sieht Abtreibungen als dämonisch an. Später entschuldigte sich seine Frau Kim Kardashian für Kanye West. Kanye West sei manisch-depressiv und würde keine Medikamente nehmen. Das Problem an seinen Aussagen ist natürlich nicht seine psychische Krankheit. Sein Outing als manisch-depressiv hat auch eine neue Debatte ausgelöst zur Enttabuisierung von psychischen Krankheiten in der Politik oder auch im ganz normalen gesellschaftlichen Leben. Das Problematische an Kanye Wests Aussagen sind vor allem seine Zuhörer. Seine Zuhörer jetzt nicht per se, sondern seine Zuhörer sind halt recht jung. Er hat eine sehr, sehr große Fanbase und wenn Kanye West jetzt sagt, Abtreibungen sind prinzipiell böse und 400 Jahre Sklaverei, hm, das klingt für ihn nach Freiwilligkeit, dann ist das natürlich problematisch. Junge Menschen sind leichter beeinflussbar und fact-checken jetzt die Aussagen ihres großen Idols nicht sofort. In seinem neuen Wahlkampfvideo gibt sich Kanye West erzkonservativ-religiös. Er stellt vor allem die Rolle der Familie in den Vordergrund. Hierbei aber Mama, Papa, Kind. Diese Institution der Familie könne dem amerikanischen Volk dazu helfen, zu der Art Volk zu werden, die sich Gott vorstellt. Dass da so ein Sternchen ein bisschen ins Absurde abdriften, das passiert ja nicht nur in den USA. In Deutschland, Österreich, der Schweiz ist das auch gang und gäbe. Ganz vorne dabei natürlich Xavier Naidoo, der zur aktuellen Corona-Krise zum Beispiel sagt, er wisse nicht einmal, ob Viren überhaupt existieren. Und der deutschsprachige Corona-Virus-Leugner-Club ist um ein Mitglied reicher. Ein Mitglied? Ist das nicht relativ? Ja, es ist dieser Bursche hier, Michael Wendler, sitzt in der DSDS-Jury oder er saß in der DSDS-Jury, denn er ist ausgetreten. Denn RTL sei wie alle anderen Fernsehsender politisch gesteuert und gleichgeschalten. Ja, sein Manager gab sich sehr überrascht. Er hat in einer Fernsehshow gesagt, dass alle Verträge mit Michael Wendler jetzt aufgekündigt werden und dass das wohl das Ende des Wendlers ist. Wie traurig. Er wartet jetzt in Florida auf das Ende der Welt. Wir kommen zurück zu Gangster-Rappern. Mein heiß geliebter deutscher Hip-Hop ist da leider keine Ausnahme, was Verschwörungstheorien angeht. Oleg Sesch zum Beispiel macht sich zwar öfter drüber lustig über solche Verschwörungstheorien, allerdings ist er der Meinung, naja, ist die Erde denn wirklich rund? Dieser Mann. Nostradamus. 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 Das hat er nicht gesagt. Nostradamus. Nostradamus hat gesagt, die Erde ist flach. Nostradamus hat gesagt, die Erde ist flach. Nostradamus hat gesagt, weiß ich jetzt nicht. Irgendeiner nicht der, aber irgendeiner, Da Vinci oder keine Ahnung, Rinchi. Flair bezweifelt auch ganz stark, dass die Erde eine Kugel ist. Und ganz wild wird's bei P.A. Sports. Der meint nämlich, die menschliche Zivilisation wäre schon mal auf dem Stand, auf dem sie jetzt ist, gewesen. Wir hätten schon einmal Autos gehabt, wir hätten schon mal Flugzeuge gehabt. Diese Zivilisation ist aber untergegangen. Was geblieben ist, sind die Pyramiden. Wer hat diese Pyramiden gebaut, Alter? Hast du dich mal damit beschäftigt? Nein. Da müsste ich jetzt meinen Bruder hier hinsetzen, der ist drinnen im Scheiß. Boah, wer hat diese verfickten Pyramiden gebaut, Digga? Klar, das darf man jetzt nicht alles unfassbar bierernst nehmen. Manchmal ist es einfach nur ein Scherz oder einfach nur ein Marketing-Move, ein PR-Gag. Stars wie Donald Trump oder Kanye West verbreiten ideologische und verschwörerische Theorien und werden von allen belächelt. Naja, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie tatsächlich in eine Machtposition kommen und die Macht bekommen, Dinge zu verändern. Und dann kann das Ganze recht schnell autoritäre Züge annehmen. Als Donald Trump vor vier Jahren noch gesagt hat, er werde eine Mauer bauen dafür, dass die ganzen klauenden und vergewaltigenden Mexikaner nicht mehr in die USA kommen, hat jeder gesagt, ja, Bursche, gib bitte gespielen. Wenn Mexiko seine Menschen sendet, sie senden nicht ihre Besten. Sie bringen Drugs, sie bringen Crime, sie sind Rapisten und einige, ich glaube, sind gute Menschen. Und jetzt ist der Präsident. Die Mauer gibt es zum Glück so, wie er sie sich vorgestellt hat nicht. Allerdings wurden diese Themen im US-Senat behandelt. Aber heißt das jetzt, dass Stars, Sternchen, Promis keine politische Meinung haben dürfen und sich auch nicht am politischen Prozess beteiligen dürfen? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Emma Watson, die sich für Frauenrechte stark macht oder Football-Spieler, die während der Hymne vor einem Spiel niederknien, um so auf die Black Lives Matter Demonstrationen aufmerksam zu machen und Donald Trump oder Kanye West. Die einen machen sich für Minderheiten stark und kämpfen für Gleichberechtigung, die anderen verbreiten Ideologien, unter denen Menschen leiden und diskriminiert werden.